Mein Name ist Carsten Kohlmann. Ich arbeite in der IT bei Studio Hamburg. Studio Hamburg ist Mediendienstleister rund um Film und Fernsehen. Wir sind eine Tochter des NDRs und machen dort alles von Filmproduktionen wie Tatort, Großstadtrevier, aber auch bauen wir Fernsehstudios, zum Beispiel N24 hier am Potsdamer Platz haben wir gebaut. Wir haben auch einen Standort in Berlin, die Studios in Adlershof, kennen Sie vielleicht auch, und beschäftigen uns so und so rund um Film und Fernsehen, auch Post-Production, Rechtehandel, bauen die Kulissen für die Musicals, zum Beispiel hier auch Blue Man Group in Berlin. Ja, wir setzen seit 2005 das Produkt von Saperon ein, ausgehend von zwei verschiedenen Anforderungen. Der eine Bereich war im Bereich Filmproduktion, das Schaffen einer Projektakte und auf der anderen Seite im Bereich Finanz- und Rechnungswesen, das Verarbeiten von Eingangsrechnungen. Wir haben uns 2005 eine ganze Reihe von Lösungen angeguckt und sind damals durch die sehr pragmatische Arbeitsweise von den Saperon-Vertrieblern bei Saperon hängen geblieben, sage ich mal so, bereuen diese Entscheidung nach wie vor nicht, weil wir mit Saperon wirklich ein sehr gutes Produkt haben, haben medienüblich eine sehr, sehr kurze Projektlaufzeit gehabt. Gestartet sind wir irgendwie so Mitte Februar 2005 und sind dann am, das weiß ich noch wie heute, am 18. April 2005 mit unserer ersten gescannten Rechnung produktiv gegangen. Mittlerweile setzen wir in allen Konzerntöchtern die Rechnungseingangsverarbeitung ein und haben das System nochmal erweitert. Es gibt in der Filmbranche eine Firma, die heißt Sesamsoft, die macht so alles um Filmkalkulationen. Da haben wir das Saperon-System angedockt und machen jetzt sogar direkt vor Ort in den Produktionen das Scannen der Eingangsrechnung. Sie können sich vorstellen, das ist mit Sicherheit sehr, sehr operativ, aber die Compliance-Regeln, also das Freizeichnen von Rechnungen unseren Geschäftsanforderungen entsprechend, ist dadurch gewährleistet. Ja, Sie können sich sicherlich vorstellen, dass in so einer Filmproduktion innerhalb kurzer Zeit sehr viele Rechnungen anfallen, sehr heterogenes Beleggut auch an verschiedenen Orten entsteht, also zum Beispiel vor Ort in der Produktion, als auch im Haupthaus für Standardrechnungen. Wir haben es geschafft, diesen Prozess zu vereinheitlichen durch Saperon und die Durchlaufzeiten fürs Freigeben extrem zu verwirklichen.